Der Dani hätte ihn ja gleich direkt auf die Lange. Passt nicht perfekt für den Lenken. So macht er keine Tue. Uh, gefährlich! Wir schauen! Wer war das, der Ivo? Das ist deine Gflanke. Ivo kann es auch mit dem Kopf, na ja! Ich täusche mir aus wie der Ivo ein jetzt. Ja, kann man halten natürlich.